Ich finde schon, dass Mode im Hirnweg zeigt, mich selbst auszudrücken. Ich kann dadurch ja auch anderen Leuten zeigen, dass es egal ist, wie groß man ist, ob man sich und froh hat, ob man kurz Arme hat, dass man sich trotzdem stylisch kleiden kann. Also ich meine, meine Behinderung darf ja kein Argument dafür sein, dass ich nicht in der Lage bin, Farben zu kombinieren oder Lumpen tragen muss. Also ich versuche durch meine Kleidung oder durch mein Ziel auszudrücken, dass ich eine selbstbewusste Frau bin, die im Leben steht und die ihren Weg geht, wie jede andere normale Frau auch.